Ich wollte mal eine Geschichte erzählen, wie ich in Griechenland eine Alte flachgelegt habe. Pass auf. Geht ab, hör mal. Kennst du Griechenland? Kennst du Griechenland? Kennst du Griechenland? Kennst du, ne? Die drei Inseln. Diese drei Inseln im Mittelmeer. Das ist Mallorca, El Arenal und Griechenland. Wenn du Griechenland willst, fährst du folgendermaßen. A2, A7, A9, Tschechei, Türkei, Salbei, Mazedonien, Katzenomien, den ganzen Karl-Mai-Scheiß. Fährst du runter. Fährst du runter bis nach Athen, Mann. Pass auf, wie in Athen angekommen ist, erst mal, das sah da aus wie bei Omi im Außenbereich. Guck mal, alles voll mit Steinklumpen. Unheimliche Hitze da, ne? Sag, Kalla, guck mal, 35 Grad im Schatten. Sag ich, dann geh doch raus aus dem Schatten, ne? Also, guck mal, den ersten Tag, wie erst mal Kultur, Kultur. Sag, was ist hier an Kultur angesagt? Jede Menge unten, ne? Meteoritenklöster, byzantistische Tempel, Korinthen und die Statuten, ne? Bis der Arzt kommt, ne? Guck mal, kennst du die Statuten, da mit dieser Telamine in der Hand? Guck mal, die hier, guck mal. Diese Hauptgötter, hast du die mal angeguckt? Guck mal. Apperarme, Denkeköpfe, aber am Arsch, wie so ein Pferd hinten dran, verstehst du? Guck mal, das soll Statuten sein, ne? Die sollen sich mal unseren Hermann in Teutoburger Wald angucken. Dat ist ne Statuette. Aber dat Wasser unten, mein Freund, dat Wasser, Arschklar. Arschklar, da kannst du ein bisschen auf den Grund gucken, da siehst du alles. Bierdosen, Autoreifen, Pariser und Fische. Jedenfalls sie in den Dosen, ne? Ja, wo es ums ging, ne, dat war eher so ne, mit die Weiber. Sag mal, ein bisschen Weiber, ein bisschen Perlenkuchen, wo sind die Schnecken hier, ne? Wir also rein in die Klubse rein, ne? Die Tussen alle am Ketchup tanzen, hör mal, hier, den, hier, ne? Baller, hier, 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 hör mal, hier, war ich auch nicht, ne? Früher ist das Ganze jetzt der Zicky. Ich, hör mal, ich einer angequatscht, ne, von denen, sag ich zu denen, hör mal, ich bin der Costa Domestos. Einmal durchspülen gefällig, ne? Hör mal, fragt sie, was kostet das? Sag ich, gratis bei Gyni, ne? Kommt sofort, ihr stecht ja so ein syphilistischer Ziegenständer an aus Kreta und sagt, hör mal, was willst du? Sag ich, hör mal, was willst du denn, du Suflaki-Fresse? Hey, geh mal zurück in deine Küche. Er, mir voll an auf den Tapernakel gekloppt. Ich schlag zurück. Er duckt sich, die Alte kriegt voll an auf die Glocke. Ja, und das war im Grunde die Geschichte, wie ich eine Alte flachgelegt hab in Griechenland, ne? Ja, ich schlag zurück.